Ja, ich fand schon das wieder. Wunderbar. Das freut mich auch. Ach, du bist tot. Ein Verbündeter wurde getötet. Allerdings habe ich hier für sie den Mana-Waff gekauft. Die Trostlosigkeit naht. Oh ja, jetzt kommt jetzt Bumst sie alle. Pantheon muss sterben. Der muss sterben. Ich dachte. Schöne Nacht, ihr Kao. Bis auch gestorben? Vielleicht dachte schon. Kimjong, 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 Kimjong! Hey! Fuck, ich bin nur rumgesprungen. Ich bin nur noch nicht. Wow, pusht sie mit. Oh, eins. Schaust du doch hier alleine rum? Ich bin schon. Der Brustlosigkeit naht. Euer Team hat einen Turm zerstört. Oh, und weiter. Ja, ich helfe ohne Stiefen. Oh, weg, 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 weg. Spannungslotscher von mir. Sonst war kein Mann. Nein. Nein, das gibt's nicht. Diese dumme Bratze, Alter. Du Huren, sonst stirbst du jetzt. Das schwöre ich dir. Oh. Alle drei. Scheiße. Scheiße. Boah, wir haben hier so einen richtigen Assi-Anivia-Vogel. Tut so, als würde er sich wegporten. Ich glaub, da kommt der. Kommt so ein Typ an? Ja, ja. Also, nur vor dich zu helfen. Lauf, lauf. Keine Sorge, Ricardo. Ich komm weg. Schön gemacht. Blutrausch. Meint er jetzt nicht ernsthaft. Ein Verbündeter wurde getötet. Scheiß, Ricardo. Verdammt. Ein Verbündeter wurde getötet. Hilfe! Wenn es sein muss. Ein Verbündeter wurde getötet. Deft mal jemand rechts unten in den Tower. Komm, schnell. Ja. Komm, schnell. Ach so. Scheiße. Reine an dem Leben. Es reicht ein. Nein, ich triffe zwei. Ich mitmach das. Ich bin eine Viertelstunde da. Ich bin so geschaffen. Also, ich vielleicht noch den Tower wieder. Oh, wow. Wow. Ey, jetzt wow. Auf dem Files. Das ist ein richtiges Wort. Hilfe! Hilfe! Na, warte, den losfand. Ja, du olle Dreckige. Romo Füß. Scheiße, Romo, ey. Scheiße, Romo. Scheiße, Romo. Ja, 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 du musst jetzt sterben. Du musst jetzt sterben. Du musst jetzt sterben. Hat er sich aus deiner Ulti rausgeblitzt? Hast du das gesehen, Ricardo? Seid zum Schreiber. Also, das, das... Ich weiß nicht, dass das irgendwie Attacken auch noch abwenden kann. Find ich für den Arsch. Sowas wie Stunits dann trotzdem ernsthaft. Dreckige, 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 Dreckige. Nein! Dreckige, 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 Verdammt! Ich trage nur die Ulti, eine Card. So. Feine. Oh, wie Trostlosigkeit naht! Oh, Ricardo ist vergessen, wo es so wunderbar ist hier zu sehen sollen im Ranking-Game. Wir müssen dein Licht aufgehen! Das war so ein ganzes Bob-Team, das Gegner-Team war so ein richtiges Bob-Failer-Team. So soll es sein! Der war möglich! Die Gegner hatten alle über 130 Events im Ranking-Game, ne? Alle über 130. So, ich komm da an. Ich klatsch da einen am anderen weg mit dem Ranking-Game. In Stand am Anfang. Einfach Botsch! Unfassbar! Zwei Prozent Kretz-Chance. Alle tot. Oh Gott. Oder als verdammte Isnut Popeipps. Ich hatte ganz, ganz ... also bevor es überhaupt überhaupt nes Mitgang ging... i roums ... Was... Ich werde ihn weiter holen und dann haben wir den da raus. In Dreckige. Ich geh jetzt zum Besuch. Danke! Drei Leute now! Gerne, gerne! Prof. Dr. Annhinha hat einen Kristen zerstört. Ich geh mir jetzt in Igna mit einem 2ier-Stuhl holen. Will er nur nicht ganz leicht! Ich darf nicht vor sein, warum bleibt mein... Ich bleib jetzt mal stehen mit Meister hier, der bewegt sich auf. Ach, wenn Pantheon und die anderen kommen zu euch. Doch nicht, die pushen um. Okay, die wehre ich alleine ab, macht die ihr unten weiter. Ja, okay. Ich und Tadert gegen den Rest der Nils. Ja, das sagt ihr schon. Wenn ein Deutscher... Ich bei welchem Streicher? Oh, okay. Oh, ach, die Partion. Ja, nehm mal, komm. Du würdest ja liebst noch schreiben, Sex vor meinem Lüger. Voll ganz knapp. Ja, wenn das schon so fokussiert... Ja, der war dann eben die auch, ne? Ja, das war scheiße. Da war jetzt der Quark gleich viel schneller. Ich hol mal jetzt Start, Leidenschaft. Ja. Danke. Das erinnert mich total an diesen einen Fancy und der so total übermächtig war. Kannst du dir an den erinnern? Und wie wir den beide platt gemacht hatten? Weil sein Restliches Team so scheiße war. Das ist doch wieder so. Sein Restliches Team ist scheiße. Fancy ist aber auch ein kleiner Überschemp, finde ich. Fancy ist ja. Äh. Ja, eigentlich nur gegen normale Champs, gegen mich. Wenn ich erst mal ein bisschen Schaden mache, dann haue ich den so hin. Gegen Mages zum Beispiel. Der kann nur gegen physisch. Gegen Leute mit physischem Schaden. Also gut. So soll es sein. Scheiße. Wöhrer. Ist das Sieg für Klatschen, Tarsat? Woah. Was? Woah? Oh no, Riccardo. Oh no. Oh no. Oh oh. Oh shit. Oh scheiße. Oh, wow, Riccardo ey. Aber Yi kommt da auch noch. Aber Yi kommt da auch noch. Aber Yi kommt da auch noch. Wir bleiben. Komm, du willst es weg. Komm, lauf zu mir in meine Richtung. Ich stun für mich ein. Das Elend liebt, Begleiter. Lauf doch! Boah! Das ist echt schlimm. Wie ist das denn? 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 Und die Buffs holt's mal die ganze Zeit. Ich möchte doch noch einmal den Mana Buff. Seit ich Level 4 bin, ich möchte immer den Mana Buff holen. Jetzt bin ich Level 11. So soll es sein, Beschwörer. Lass uns mal Barret gucken gehen. Lauflieber meinte. Oh no, und sie nehmen's total auf Picard, ey. So eine Scheiße. Ja, klar. Und Vibi hält am wenigsten aus. Und er hat... Oh, er hat den Kult noch... 15, wollte ich schon sagen. 15. Der Major ist vielleicht auch nicht so gut bei uns. Nö, mein Major war mal oben. Aber der ist eigentlich nicht da unten. Also ihr seid zufrieden zu zweit. Nee, zufrieden zufrieden. Ja, Heimer, Heimer Cutty. Der Einzige, der was Cutty fangt. Der jetzt durch ist. Jetzt haben sie eh verloren. Heimer! 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 Unfassbar! Ich krieg mir was! Hier kommt alle... Wer braucht Mana? Zu mir! Ich! Ich! Alle! Ja, es ist schlecht. H-h-h-h-h-h-h-h. Ich würde mal sagen, wir pushen mal Icecat weiter durch. Ja... Ich habe Death 업 da hinten. Also die Nexus-Tower muss man fahren, nächstens einer. Ja, die Nexus bin ich. Erst nach dem Nexus-Tower. Und zurück. Zurück, zurück. Zurück, zurück. Nicht hier, ja. Jetzt auch noch. Ja, weiter. Es reicht einmal. Äh, Lux ist aber los. Das war ein richtig vernichtender Schlag für den Liesch noch. Also den Sieger hab ich weggebürstet. Und dann kommt so ein Lux und hat er etwas gemacht. Was? Was hat er? Sein Pokémon gestorben? Idiotin. Das war aber ein guter Final Book. Das muss ich echt sagen. Mein Helfen am Schlag ist nur für die Schuhe. Die Trostlosigkeit naht. Wenn wir scheiß Pantheon bin, der da auf Meditation kommt. Es reicht einmal schlicken. Yes, we have copies. We have copies. So, what will you do? What will you do? Yeah, Emo. Cookie Power. Cookie Power mit Gado, eiskalt. Au. Lux am Tower, nicht gut. Pew, pew. Wenn es sein muss. Die Munde sollte jetzt mal trotzdem los entfangen. Oh, gut. Endlich. Da kaum gebe ich dir mein Schrottschild, ist der Baron tot. Ja. Die Trostlosigkeit. Na. Der Eiter wird los. Die Geist ab nachts. Wow, Tau, sag ich, da bitte nicht drauf. Woh, Tau, sag ich, da bitte nicht drauf. Woh, Tau, sag ich, da bitte nicht drauf. So soll es sein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Das ist erstmal den Tor, da befrankt, Jungen. Oh, der ist ja auch noch so. Oh, ich habe alle da. Oh, mein Gott, ey. Jetzt haut sie so ein Ding, wo ich schon kurz wie unten komme. Die Belohnung. Genau, Cube Tank. Cube Tank, juhu. Das ist gar nicht mein Sili. Ey, jetzt hätte ich mal ernsthaft. Jetzt hätte mir heute richtig geholfen. Oh. Oh no. Oh. Ach komm, Alter. Ich weiß da was drauf. Wie er geht ihm. Ich rufe, bin da. No. Ja, Mundo, soll ich dich hin oder was? Hier, Mundo. Hier, Mundo. Ja, Tarsat. Danke. Oh, ich hätte nicht fast vollheilen können. Meteorico ist schon so. Warum noch mehr? Hinten weg, khur denken. Oh no. Oh sorry, zurück, alle. Ring hingming ding 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 ding, ring g l 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 l. Ist bei euch noch nicht shrimp. Oh, nein nein. noch nichts,置уб겠�! Ich kaufe, du Cheerios fordert dagegen! Da bleibst, da bleibst, da bleibst, da bleibst! Mach ihn weg, Parker! Oh! Alphastrack! Ja! Oh Gott! Blinkt da hinten raus! Na komm, spring doch ran! Wieso traut er sich nicht mit dem Randspring, der Pendel? Moooooh! Moooooh! Armes Arschloch! Moooooh! Komm her! Fort einmal traut er sich nicht weg! Ordens, drei Wiesen. Drei Wiesen haben fast ja nicht getroffen mittlerweile. Boah! Hast du ein Glück! Traut er uns bekämen, wie glaub ich bin! Die Trostlosigkeit nah! Ich geh jetzt kurz mal zur Rückhalt eingehoben. Du bist so ein Lacker! Das war Skill im Moment. Ja! Skill ist, wenn luck zur Gewohnheit fehlt. Ganz genau so schaut's aus! das ist die Erfahrung, scheinlich. Ja, was war des jetzt? Das war mein WSG. Wir können eigentlich auch mal eben ganz durchpushen und den Nächstes kommt bei euch runterkloppen oder schaffen wir das nicht? Ach, schafft auch. Also ihr packt jetzt das krass Pantheon nur, weil das gesamte Rest Team Kacke ist. Nein, weil ich immer bin. Deswegen. Nein, ich. Genau, ist klar. Ja. Aber auf dem Dabit steht ich. Für große Wahl. Aber du bist klein. Ich bin groß. Und ich habe ne dicke Kreuze. Ich bin klein, mach mich bei der Fällkopf, dass die Eichhaut ist. Juh, juh. Ich brauche den Dabit an euch. Das ist einfach eine Frequenz von mir. Klar. Ist klar, du Tippel. Du Tippel. Ich krieg. Boah, ich bin eiskalt der bessere Sion. Ich glaube, ich krieg mehr. Ich fasse es nicht. Da KS. Krok. Zimperder Sion. Zimperder Sion. Zimperder Sion. Zimperder Sion ausgedrückt. Das habe ich alles von euch gelernt. Ich krieg. Ich krieg. Nein, das KS meine ich. Da KS der mich, ey. Ja klar. Alter. Nein. Das kann nicht nur das Leben. Echt? Das ist ja unglaublich. Report me. Oh. So. Ach. graphs. υτ角屯, Bul tremcę. Asst. Es geht?